So, da sind wir wieder beim Let's Play von Final Fantasy. So, wir gehen jetzt mal da rein und schauen mal was da abgeht. Aha. Wir kommen in Bone Village, dem Ort für Naturfreunde. Was willst du, hast du Sephiroth gesehen? Der Mann im schwarzen Umhinein hat den Tempel des alten Volkes gesucht. Und Tempel des alten Volkes? Er liegt tief im Süden, der liegt auf der anderen Seite zwischen diesem Ort und der See. Eine Pyramide wie mitten im Wald steht. Wie kommt man da hin? Rein? Du brauchst den Schlüsselstein. Ein Schlüsselstein? Wie der Name schon sagt, ein Stein, der als Schlüssel dient. Ein reicher Mann soll ihn haben. Möchtest du etwas? Oh, da kann man was kaufen. So. Einmal, zweimal, dreimal. Viermal von denen. Kaufen wir auch sechs Stück. Zelt. Zelt. Auch gebrochen. So. Dann ziehen wir das mal alles an. Sehr schön. Zack. So. Und dann haben wir da mal wieder eine neue Fähigkeit. Zerstörung. Blutstehung. Todesstoß. Oh nein, das braucht er. Wo braucht er das? Nein. Ist auch nicht. Schutz. Oder? Dann nehmen wir da Analyse gegen Angriff. Der nimmt Demi. So. Was haben wir da für ein kommersches Kreuzchen? Tem. Pam pam pam. Gib wir mal da rein. Ist es nicht das, wo wir etwas komisches brauchen? Ich glaube, das hat er mich gerade vorhin gesagt. Ist er nicht gerade imus? Materia Cuyada. Denk ich mir, dass das eine Materia war. Olin, Chocobo, Titan und er nimmt noch... ...Kudaya und Ifrit. So schaut's aus. Was haben wir sonst noch? Raub, Behandlung... Aber was ist da? Komischer Fehler. Egal. Ich glaube, das war nur wegen dem komischen Ding. ... ... ... ... ... Das geht sicher die ganze Zeit so Ich glaube da kann man nicht wirklich Denke ich mal Da braucht man das Schlüsselfragment Der Wald hier ist der schlafende Wald Im Moment schläft der Wald Und jeder der ihn jetzt betritt wird sich verirren Du kannst hier reingehen weisst aber nicht Ob du jemals wieder rauskommst Ausgrabungen dauernde Schätze kommen in die Kissen in den Zelt Nicht vergessen Du kannst den schlafenden Wald mit der Mondhafe wecken Wenn der Wald wach ist öffnet er dir einen Weg Für die Suche nach Schätzen gibt es eine neue Methode Mit Bomben simulieren wir Erdbeben und Erschütterungen Dann überprüfen wir die erzeugten Schallwelle Welkommen in Bomben Willkommen in Bomben Die Mondhafe brauchen wir dafür Nur wo die Frage ist wo wir die herkriegen Hörgeräusche Schauen wir mal Vielleicht gibt es noch andere Sachen Wir können da ja weiter gehen. Wo gibt es die Mord? Hafe... Ich find sie einfach nicht und ich weiß nicht wo sie sein kann. So, schauen wir mal, was ist hier? Da können wir auch hin, das ist Kulo-Matiko. Aha, aha... Wir gehen mal da hin und schauen, was da abgeht. Das ist sehr fies. Fies ist ja glaube ich nix, oder? So... Wahrscheinlich kommen da die U-Friesen-Fiecher. Wo ich da hinste ums Sterben. Okay, alles klar. BAT! Aber was wir gleich mal ausprobieren können, ist diese neue Beschwerung. So... BAT! 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 Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Ups, das wollte ich jetzt gar nicht, aber wurscht Was ist das? Was ist das? Was? Tschüss Und tschüss Okay, ist schon mal nichts Mal die Chorelehrer ist hier Ach, das habe ich keine Lust Mal die Chorelehrer Mal die Chorelehrer Gish Bart noch ein Am Schluss ein Gegner. Oh, den werden wir nicht mehr... ...mit 2 gegen Chocoball... ...und mit Ramo. Dornar der Gerechtigkeit. Aha, ich habe mir Zeit für einen ... ...zu einem Secession. Schau, der macht schau! Ufff! Oh, der macht schau! Ufff! Ah, das war jetzt so dumm! Naja, gut! Jetzt sind wir wenigstens beide tot! Nicht normal, aber wie viel Leben haben die? Alter, okay... ...ich fahr! Nur der hab! Why? Warum? Das gibt's ja gar nicht So, ich hab aber keine Lust Vorhin hatten die nicht so viel HP Bin ich verarschen, oder? Da Da Na gut Dann lassen wir das Obwohl die verarschen eben so Die Pyramide Oh Sehr schön Ich glaub da nicht mehr hin Ich glaub jetzt sind wir richtig Ohohoho Was haben wir? Weil wir haben keine Magie mehr Deswegen werden wir jetzt abhauen So So Jetzt werden wir kurz ein Zelt verwenden So Speichern So Und ich will mal sagen Wir sind gleich hier Wenn wir bei der Pyramide eintreten Also das war euer Goethe Tschüss So 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 So